Ich bin Max. Wer bist du denn? Hi, ich bin Joe. Was geht ab? Siehst du nicht mich als Schauspieler direkt vor dir? Max, ich sehe nichts. Dann zieh deine Sonnenbrille aus. Max, ich kann nicht sehen. Mache die Augen auf. Ich bin blind, blind wie ein Maulwurf. Oh, ja lustig. Minder, da bist du ja! Endlich, Mann! Ich hab dich heute besucht. Was soll das sein? Ein Geheimtier. Soll der Feuer schrubben? Ja, aber das ist kein Drache. Das ist ein Vogel. Ein Vogel mit Feuer. Ich bin ein Drachenvogel. Ein Drachenvogel und keiner hat Angst vor mir. Ich bin ein Drachenvogel. So geht's! Achtung, Max! Was denn? Du hast dich in der Höhle des Höhlets versteckt. Schau mal hinter dir. Oh, ja! 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 Wälder! 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 Moin, 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 moin. Alle schwammen an dem Mumpel vorbei. Ein unsichtbares Geheimtier. Er macht sich einen Spaß darauf, dass man ihn nicht sehen kann. Ja, er treibt seinen Schabernack. Weg ist er. Scho hat gemeint, da weint einer und da hat jemand gesagt, dass der Mumpel das er ist. Ja, der Mumpel findet keinen Kumpel und deshalb weint er. Er findet keinen Kumpel? Was ist das Problem? Der ist unsichtbar. Unsichtbar? Das ist doch egal. Da steckt der Mumpel und sein Kumpel. Aber... Da steckt der Mumpel und sein Kumpel und sein Kumpel und sein Kumpel. Da steckt der Mumpel und sein Kumpel. Das ist doch egal. Da steckt der Mumpel und sein Kumpel. Das ist doch egal. Da steckt der Mumpel und sein Kumpel und sein Kumpel und sein Kumpel und sein Kumpel.